Mami, hast du das Flugzeug gebaut? Ja, es ist ganz neu. Es hat zwei Etagen, sieben Küchen und Ruheräume. Wir sitzen in Reihe 26. Hier ist es. Wenn du aufwachst, sind wir in New York. Daddy auch? Ja, Daddy auch. Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen? Nein. Ich suche meine Tochter. Sie ist sechs. Meine Tochter, haben Sie uns gesehen, als ich sie an Bord getragen habe? Sie haben eine braune Haare. Ich suche meine Tochter. Hat irgendjemand das Mädchen gesehen? Nein. Nein, Sir. Das verheimlichen Sie mir. Das verheimlichen Sie mir. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass sie hier ist. Was? Auf unserer Liste gibt es keinen Hinweis, dass Ihre Tochter jemals an Bord war. Sie saß neben mir, 26 A. 26 A war nie besetzt. Ihr Rucksack fehlt. Sie wurde entführt. Captain, ich muss nicht sprechen. Alle Passagiere müssen sitzen bleiben. Checkt jeden Schrank, jede Ecke. Sie ist verwirrt. Sie beunruhigt die Passagiere. Durchsuchen Sie den Frachtraum sofort! Jeder meiner Flugbegleiter sucht nach einem Kind, von dem niemand glaubt, dass es je an Bord war. Mit wem redet sie? Wir werden das nicht hier vor allen Leuten besprechen. Wo ist meine Tochter? Wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist tot! Nach Information des Leichenschauhauses ist Ihre Tochter vor sechs Tagen gestorben. Was? Unser Sicherheitsbegleiter bringt Sie zu Ihrem Platz. Sie wissen, dass sie lebt. Sie ist in diesem Flugzeug. Wieso hat sie niemand gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Tochter lebt. Was ist mit dem Licht passiert? Wo ist sie? Julia! Bei der Landung wird man sie verhalten. Julia! Wo ist Julia? Wo ist Julia?